Der Wind heulte, Wogen schlugen wie Schilde gegeneinander. Umbraust, umsprüht, umprasselt von der Böe wie von einer rasenden weißen Flamme saßen wir mitten im Dampf und verbrannten nicht. Wir lebten im Rachen des Todes. Vergeblich riefen wir die anderen Boote an. Wir hätten ebenso gut durch den Schlot eines Hochofens ins Feuer hineinbrüllen und die glühenden Kohlen anrufen können. Es wurde dunkel. Gischt und Gewölk trieben immer düster über uns hin. Das Schiff war nicht mehr zu sehen. Wir konnten auch unser Boot nicht mehr leer schöpfen. Die See ging zu hoch. Wir konnten auch nicht mehr pulen. Da richteten wir einen der Riemen auf, die uns doch nichts mehr nützten. Starbeck machte die Laterne klar. Nach langen Versuchen erst brannte sie. Er machte sie am Riemen fest, den Kikeck von nun an aufrecht hielt, ein Bannerträger dieses verlorenen Hoffnungslichts. Ich sehe ihn noch da sitzen mit seiner winzigen Funzel inmitten der ungeheuren Verlassenheit. Ein Mensch, der nicht mehr glaubt und in aller Hoffnungslosigkeit dennoch die Hoffnung nicht sinken lassen kann. Ich sehe ihn noch nicht pumpen. Ich sehe ihn schon an Нап!!!!